Jetzt müssen wir hier Action machen, das geht gleich hier, volle Pülle geht es gleich los hier im Stream. Und ich lege, glaube ich, gleich mal los. Worauf warten wir noch? 17.58 Uhr ist es, ja, die zwei Minuten. Mein Gott, das muss jetzt wirklich nicht. Ich würde sagen, legen wir mal los. Und jetzt muss ich, glaube ich, reagieren, weil genau das passiert. Verdammt. Du musst da hochglittern wahrscheinlich. Vielleicht ist das die Möglichkeit. Sehr gut. Okay, da komme ich nicht hoch. Das ist auch der falsche Weg. Ich fürchte, wir müssen sprinten. Hier runter rennen und sprinten. Sprint-Taste. Durchhalten und los. Renn, Mädel. Renn. Ich renne ja wie wild. Was soll ich tun? So, renn. Ich renne wie wild. Das scheint hier nicht die Lösung zu sein. Aha. Die Sprint-Taste ist gedrückt wie nix. Ich müsste da oben bleiben oder was? So schnell kann ich nicht rennen, wie der rennen kann. Hm. Das fängt ja schon sehr gut an. Was machen wir denn hier? So. Was ist, wenn ich mich nicht bewege und ich glaube, wir müssen sprinten, aber ich kann nicht. Soll ich da dann sprinten? Ich mache jetzt nur nix. Okay, dann hat er uns. Irgendwie rennt der da raus. Vielleicht können wir irgendwie da oben. Stell ich mir gut vor, dass man da irgendwie... Kann ich nicht. Hm. Was machen wir hier? Ich muss heute erstmal Haus finden. Was war hier? Was war hier? Erstmal veranstalten. Hm. Erstmal den Ausweg finden. Wir haben ja letztens das Team ja schon die 100 Tote erreicht. Was ist doch nicht ja ein Schnitt damit gekriegt. Ja, herzlichen Glückwunsch zu 100 Toten. Ja, wie denn hier? Was ist jetzt hier? Irgendwie wird es hier knapp. Vielleicht irgendwie raufklettern oder runter. Und dann den Tisch müssen wir. Irgendwie... Da wird es jetzt hier eine knappe Nummer. Auweiii. Das kann ja gerade so nix werden. Das ist machbar. Ah, es ist hier eine harte Nummer. Na komm. Und Action. Was mache ich denn? Gleichzeitig Ducken-Taste gedrückt. Ich bin auf der Steuerung-Taste, nicht auf der Sprint-Taste. Ich ducke. Ich ducke mich. Statt zu sprinten. Na komm. Und springt. Zack, das so. Auweiii. Dazu was werden. Na komm. Na komm. Jetzt duck dich, duck dich, duck dich, duck dich, duck dich. Puh. Er kriegt uns auch unterm Tisch noch. Ach du Heidling. Okay. Okay, man kann es unterm Tisch schaffen. Aber, hallo. Zack, hast du. Okay, wir sollten vielleicht die Tode, die wir jetzt hier haben, mal nicht mitzählen. Fairerweise. Aber, das sind jetzt hier Versuche. Das ist jetzt hier. Ich muss im Schnitt gucken, was ich mitzähle und was nicht. Das ist jetzt hier wirklich. Da geht jetzt hier viel erstmal drauf. Das ist jetzt hier erstmal viel draufgegangen. Dafür, dass ich hier das probieren muss. Dass das jetzt hier erstmal austesten muss, wie weit man kommt. Ich kann es schaffen, wenn man rechtzeitig losreinnt, ist das machbar. Dann muss ich sofort, wenn der Bildschirm hell wird, muss es sofort los. Dann muss die Sprint-Taste und die du unterst. Dann muss der Pein-Negel das in der Zeit drücken. Au. Das war zu langsam. Ich mach schon die Sprint-Taste hier kaputt. Ich drück hier wie wild. Los, 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 rein. Rein, liebe Klopz. Es ging es um dein Leben. Das siehst du die Sprint-Taste. Los, kleines Mädchen, los, kleines Mädchen, los, kleines Mädchen, los, kleines Mädchen. Das ist das wirklich nichts. Ich kam doch schon unter den Tisch. Ich war da schon. Nur die, die jetzt erst dazu kommen, die haben das nicht gesehen, aber... Ach komm, jetzt ging den Pfeiler gerannt. Und dann unter den Tisch gleich weiter. So wie es ausschaut. Na, komm. Na, komm. So dicht dran. So dicht dran. Unter dem Tisch haben wir erstmal eine kleine Verschnaufpause. Eine ganz kleine. Der Vetter hat aber was offen. Okay, ich hab irgendwie die... ...die Taste losgelassen. Der Vetter hat aber hier einen Zahn drauf. Ich hab nicht aufzusprinten, ich hab nicht aufzusprinten, ich hab nicht aufzusprinten und runter. Ja, gegen das Fußbein, äh, gegen das Tischbein. Gegen das Tischbein gerannt. Gegen das Fußbein. Rein kann ich auch nicht mehr. Ja, meine Fresse. Willkommen zurück zu Lillen Nightmares. Deine kleinen Albträume. Ein kleiner Albtraum ist das hier. Auf jeden Fall. Wenn nicht so ein großer. Hier muss die Sprintstaste funktionieren. Nein, das schafft man nicht mehr. Lichtchen angemacht. Zu, äh, der Unterhaltung heute. Zu, äh, der stirbt. Verdammt. Heute ein Brot. Von zwei gestürbten Leidmaers. Ja, manchmal schaff's ich schon fast. Ich verrenge mir die Hände. Die Finger. Na komm. Ich brech mir hier nicht die Pfoten. Und dann noch nur die Störungen-Taste drücken. Die Shift-Taste gedrückt halten. Und dann mit W-A-S-T-Störungen. Ich drück doch die Shift-Taste. Scheinbar nicht doll genug. Und ist die Shift-Taste schon kaputt. Aber jetzt kann ich es vergessen. Da kam er schon. Ich muss sofort losstrengen. Brauche ich bald eine neue Tastatur. Ich drück wie wild. Ich drück wie wild. Ich drück wie wild. Ich halte das gedrückt. Ich darf da auch nicht stehen bleiben. Ich darf da auch nicht stehen bleiben. Ich darf da auch nicht stehen bleiben. So viel Spaß schon am Anfang des Bords. Ich muss jetzt sofort runter. Und sofort los. Und sofort. Und die Ecke. Und sofort. Und jetzt hier die Tastatur. Und jetzt weiter hier. Und die Taste drücken. Und weiter gesprintet. Ach du Scheiße. 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 Und dann greift mich der Nächster. Ach du Schande. Da gleich dran springen. Was willst du von mir spielen? Das war das mal schaffen. Ist der erste Part schon vorbei. Von der Steamaufzeichnung. Hab dann ein paar langes Zwilliges gestirbt. Jetzt verdammte Stuhl hier. Der kaputte Stuhl der im Weg steht. Jetzt gleich los und gleich rennen. Den Vorsprung nutzen. Und jetzt unterm Tisch. Dreck. Kalt Dreck. Ich war da schon unten. Ich war schon am Tisch. Ist sofort los hier. Sofort. Sofort. Und keine Zeit verlieren. Keine Zeit verlieren. Und los. Zerr unter den Tisch. Und los hier. Los, 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 los. Und hoch hier, hoch, hier, hoch, hier, hoch, hier. Und springt kleines. Spring. Hab ich mich selbst getötet. An den Haken muss er springen. Ach du Heide. Und der Stuhl im Weg. Das ist aber auch manchmal so, manchmal so. Der Stuhl ist nicht immer im Weg. Keine Verschnaufpause. Und los. Gleich mal los. Und noch haben wir den Vorsprung. Noch haben wir den. Und da hab ich oft gehört zu sprinten. Es ist sensationell wie ich hier. Ich sterbe. Ich am Sterben bin. Und jetzt haben wir glaube ich den Part gleich schon vorher den ersten Part. Ich unterteile das ja immer in vier Teile. Viertel des Parts. Des Streams haben wir wirklich schon geschafft. Wenn er so wollt. Na komm. Für den Part jetzt hier noch was. Und weiter hier und hoch. Und ich muss jetzt. Ich muss hier wirklich. Da muss man hier. Da darf hier wirklich kein Klick daneben gehen. Sonst ist es jetzt hier vorbei. Au. Ich hab schon dran gegriffen. Ich war schon dran. Ihr habt's gesehen. Das war schon. Jetzt hier so nah. Ach Gott. Es ist doch. Es hat Frustrationscharakter. Ja. Es hat hier wirklich. Vielleicht kriegen wir das jetzt mal hin. Dass wir mal weiterkommen. Und noch am Haken hingegleiben. Wenn wir dort sind. Okay. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Jetzt habe ich das Spiel fast beendet. Mit einer Tastenkombination. Und los. Und los. Und los. Was denn hier muss das denn? Ich quäle mich auch heute. Konzentration. Los. Die Tastenkombination. Also ich drücke jetzt mal mit der linken Hand nur. Sprint und ducken. Und mit der richten Hand. Wie ASD. Das machen wir jetzt einfach mal so. Damit ich mich hier nicht verrenke. Okay. So kommen wir auf jeden Fall schon mal weiter. Hier. Noch ein bisschen Anstrengung. Noch ein bisschen Konzentration. Dann kriegen wir das vielleicht gewappnen. Ich darf auch nicht da hinten runterspringen. Dann wird das nix. Oh Mann. Und damit willkommen zu einer neuen Part 2. Die stirbt. Der neue Nightmares. Da bin ich noch gar nicht gestorben. Na komm. So nah dran. Das ist am frustrierendsten. Am frustrierendsten. Man so nah dran stülpt. Na komm. Warum gehörst du auf zu sprinten? Was machst du Zwergi? Ich konzentriere mich jetzt auf die Tastatur. Eigentlich fass nicht mehr umhin. Das ist der Fehler. Okay. Mit einem Auge noch oben auf dem Bildschirm. Mit dem anderen auf die Tastatur. Jetzt hier rum und 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 und. Ja. So jetzt hier. Keine Zeit verlieren. Da kommt der nächste. Ja hoch 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 hoch. Ach verdammte Schätze. Ach. Was hat hier Wage-Grid-Faktor? Ich muss sie gehen raus an den Nachbarn. Das ist frustriert so. Sprinten und da. Ich kann nicht sprinten. Und dann auch noch ducken. Und dann da auf den. Dann den Haken greifen und so weiter. Das Spiel verlangt zu viel von hier. Jetzt häng ich hier fest. Ach was. Da hat er mich grad nicht greifen können. Das hab ich ja auch noch nicht gesehen. Aber verschwinden tut er da wahrscheinlich nicht. Na. Kackstrick. Fluchen hilft. Ich sag nichts gegen meinen Fluchen. Ich würde auch versuchen, wenn er hier dabei wäre. Wenn man das hier machen müsste. Und ich sage nicht.